Servus und hallo bei EchengTV, ich bin der Andi, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Minimetro. Ja, lang ist her, dass wir hier mal wieder gespielt haben, es gibt viele neue interessante Maps und wir fangen mal wieder mit einer Dodge Map an in dieser Folge und für die nächste Folge habe ich auch schon was überlegt, hier, weil es gibt ja hier viele Schlösser und Parks in Potsdam und die wollen wir uns heute entschuldigen, dass die gut erreichbar sind mit der Tram. Okay, hier gibt es ja schon eine feste Tramlinie, okay, hier kann man nicht, okay, mach mal so, okay, hier hab jetzt 1, 2, 3, 2, so, mach mal so. Es hat mich nur ein bisschen irritiert, ach, es war die Brücke, es war kein Hand, es war eine Brücke, ah, mei, okay. Habe ich gar ein bisschen irritiert gehabt. Okay, würde ich sagen, verlängere dich einfach mal hier rüber. Ist jetzt eine hier vielleicht, ähm, Babelsberg, ist ein anderer Hauptbahnhof? Ich weiß es nicht. Könnte gut sein. Ich habe auch wirklich lange nicht mehr gespielt, habe ich das letzte Mal gespielt, wo ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ich habe seitdem nichts mehr gemacht. So, jetzt geht es. So, ja, ich kann nicht mehr arbeiten. Okay, ich kann nicht mehr arbeiten. Jaja, war ein Test. Aber die Linie ist auch gut, wenn ich erfülle es nur in kleinen Linie ist. Aber vielleicht möchte ich mal, ich möchte mal was, ob ich mich so hin, nee, geht nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Wir gehen hier daheim, und wir nehmen einfach mal einen Bagon. Die Linie haben wir nur noch eine, da brauchen wir noch nicht unbedingt. Wir können dich hoch verlängern. Es ist lange her, als ich dieses Spiel gespielt habe, muss ich echt sagen. Aber ich freue mich sehr, dass es mal wieder so weit ist. Da hinten. Du hast aber ja, ich länger dich mal. Schieben, eins, zwei, drei, vier. Okay, da war es auch nur vier in jedem Ding, es sind auch kleine, waren nicht so große wie bei den anderen. Okay, schauen wir mal, ob ich das ohne, ja, das gehe ich ohnehin, super, machen wir so. Und wieder mache ich den Vakon hier hin und den Tram mache ich hier hin. Okay, wir müssen die hier noch mit anbinden. Wir kriegen die Tram, ja, nehmen wir die Tram-Linie. Wir brauchen noch eine Linie und dann stehen Blüter. Also bald bräuchten wir auch eine Brücke wieder. Okay. Okay. Länger dich erstmal, ich kann mir vorstellen, dass ich dich da auch hin verlängere. Wenn du irgendwann, ja, würde ich auch irgendwann machen, dann ... ... ... ... ... ... bis jetzt ist ja alles relativ denn es auch ich habe gar nicht gesehen ja scheiße geht zuerst bauen wir am besten eine Brücke oder ich warte mal kurz bis zur Sonde kommt ob wir eine Brücke oder die nicht kriegen und so schauen wir mal also gehen jetzt in die Tram also ich nehme die Brücke und dann kann ich sagen einfach so 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 es ist nur noch 2 Gramm das ist jetzt mal ein hierhin und so und ein hier hin das kannst du ja auch gleich hier die übernehmen und die ist jetzt mal wieder zurück Wir haben noch eine Tramlinie. 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 Ich muss noch eine Tramlinie skeptical anpassen. und ein bisschen mehr Entlastung. Genau. Ist gar nicht mehr so übel. Uh, ah da. Ja. Interessante Map, muss ich sagen. Und... Bezess funktioniert auch als... Oh, ja. Ist ja S4. Ja, ich bin... Ist... und hier... Dran... Ja, lieber die Brücke. Machen wir hier so... Und... So... So, genau. Kann ich es auch so machen? Ja, gerne, machen wir so. Da hinten ist auch schon wieder ein. Das gibt es ja noch. Das ist ja... Das ist ja furchtbar. Und... 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 Oh ja hier haben wir können... Ach doch... Scheiße... Ich hoffe ihragit nicht. Ja Nee Okay. Und hier wird es eine neue Linie übernehmen. Ich hoffe, es ist grömer bis dahin noch hin. Ich weiß, ich tocke jetzt wieder ein bisschen, aber, oh ne, okay, wir haben es eh nicht geschafft. Gut, liebe Leute, wir haben geschafft, genau 600 Fahrgäste. Es ist halt nicht optimal, aber es ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Map. Bis dahin, Servus, euer Andi.